Hallo, das sind liebe Leute und willkommen heute hier zurück zu einem weiteren Spiel, was wir spielen werden. Wir werden heute Flip Diving spielen, ein Spiel, was ich gefunden habe und da geht es irgendwie um Turmspringen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ich habe das vorher noch nie gezockt, aber wir werden es heute zusammen machen. Deswegen Leute, lasst jetzt ein Like da, falls es euch gefällt und ich würde sagen, wir starten rein. Let's go! So, also, wir sind hier in Flip Diving, gehen hier erstmal auf Play drauf und haben hier einen Typen, der in seiner Badehose von der Klippe springen möchte. Das Ganze hier ist natürlich nicht gefährlich, ja, das ist hier irgendwie nur innerhalb von zwei Metern oder sowas Abstand bis zum Wasser. Und das könnte auch ein bisschen gefährlicher werden, deswegen Leute, macht das bloß nicht zu Hause nach, dass hier ist eine kleine Warnung. Was erzähle ich hier für ein Zeug? Leute, ihr springt sowieso nicht von der Klippe her, als ob. Außer ihr seid natürlich professionelle Turmspringer, dann werdet ihr das bestimmt tun. So, ich versuche jetzt erstmal herauszufinden, wie das Ganze hier funktioniert. Ich glaube so. Oh, wow! Oh! Oh, ouch! Ein Backflop habe ich gerade gemacht, das sah nicht so spektakulär aus. So. Oh, der war gut! Der war gut! Hey, Junge! Oh, jetzt wird es ein bisschen höher. Wir waren eben so von zwei, drei Metern Höhe und jetzt sind wir so, würde ich sagen, fünf Meter vielleicht. Deswegen, let's go, my man! Noch ein Vorwärtssalto. Oh, der war auch okay. Wir sind halt mit den Füßen zuerst nach unten gegangen. Kann man... Oh, oh, okay. Oh, 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 der wird stark. Oh, oh, okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Okay. Ein Sprung, Vorwärtssalto, Vorwärtssalto. Okay, der war nice. Das war gerade ein Triple-Octa-Salto. So. Oh, oh, okay, krass. Okay, okay. Können wir da noch weiter nach oben? Upa. Ja, ja, ja. Für jeden, der da draußen mal falsch auf dem Wasser aufgekommen ist, weil er nämlich versucht hat, irgendwie einen komischen Trick in der Luft zu machen und dann einen krassen Sprung oder sowas. Wir wissen, wie sehr weh das tut, Leute. Aua, ich fühle den Schmerz. Okay, wir sind wieder Runde 1. Hupp. Oha, wir haben irgendwie ein Paket bekommen. Hä? Okay, wir wollen uns gleich mal angucken, was das für ein Paket ist. Ha! Perfekt. Zwei Flips. Und jetzt, zack. Vorwärtssalto, 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 Vorwärtssalto. Und ein Köpfer rein. Awesome! Oh, wir sind ganz oben. Ich glaube, wir sind ganz oben angekommen. Ho, 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 ho. Okay. Dann, zack. Jawohl. Boom! Unbelievable. Nice! High Five, Leute! Oha, das war stark. Okay, also, wir haben hier unten nochmal zwei Möglichkeiten, die wir antippen können. Wir haben einmal das da. Das sind dann, denke ich mal... Ah, das sind verschiedene Sprungtechniken, wie ich es jetzt richtig verstanden habe. Okay, okay. Was passiert, wenn wir jetzt hier auf Get drauf gehen? Oh! Okay, also entweder eine Marke dafür bezahlen oder halt 40 von diesem Geld. Taler, Dollar, Euro, was auch immer das sein soll. Okay, wir können uns das jetzt nicht leisten, weil wir gerade mal 8 Taler, Gold, Dollar, was auch immer haben. Okay, okay. Und was ist das hier? Huch! Nein, jetzt bin ich einfach gesprungen. Okay, okay, wartet. Was ist das da? Das sind dann, glaube ich, sozusagen die Charakter. Ah ja! Aha! Okay, man kann hier dann den Muckiman. Dann können wir hier so ein Mädel oder sowas holen. Und, 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 und. Okay, Ninja, ein Junge, was zum Teufel, einen Typ in einem Teddybärenkostüm, Astronauten, den Weihnachtsmann, ein Zombie, okay. Also, ihr seht schon, Leute, das Spiel ist ein kleines bisschen verrückt hier. Okay, der war nicht gut. Und aufholen und springen! So, und Salto, vorwärts rein. Cool! Einhalb Salto. So, und jetzt geben wir Vollgas, Leute. Wupp! Zack, zack, zack. Köpfer! Sehr gut, zweieinhalb. Ausholen. Und zack, und zack, und zack, und. Ah! Okay, der war nix. Der war nix. Nochmal. Sprung. Easy. Was? Bellyflop? Was war denn das? Ne, 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 ne. So. Das war doch easy, oder? Einfach einen ganz chilligen Frontflip. Ja. Der war auch okay. So. Okay, auch gut. Oh, Junge. Salto. Aha! Nein! Verdammte Axt! Der war so krass eben. Das war so ein guter Sprung. Oh, wir müssen nur noch einen Taler sammeln. Jawohl. Wollen wir uns einen neuen Trick holen, oder wollen wir uns eine neue Figur holen? Ich wäre eher für eine neue Figur. Oh, Gott. Wir haben jetzt 40 von diesem Geld gesammelt. Okay, spin now. So. Einen Daily Freespin haben wir sogar. Okay, den Daily Freespin holen wir uns. Was kriegen wir raus? Gib mal einen Trick jetzt. Was ist das hier? Congratulations to your Frontflip Pike. Okay. Wir haben Frontflip Pike. In der Hand, ob das irgendwas bringt. Das hier sind auch verschiedene Maps, die wir noch bekommen können. Das habe ich jetzt eben gar nicht gesehen. Okay, wir tryen unser Luck. Spinnen. Und let's go. Wir haben jetzt zwei Sachen freigeschaltet. Ich bin gespannt. Congratulations, you received the giant tree. Oh, können wir jetzt irgendwie von weiter oben springen? Okay. Hopp, hopp, hopp. Okay, es ist jetzt irgendwie ein bisschen schwerer. Seitdem wir die neue Technik haben, muss ich mich ein bisschen umgewöhnen. Ja, okay, zweieinhalb. Äh, einhalb. Okay. Also ist das jetzt ein bisschen... Oh, okay. Wir sind jetzt extrem hoch. Jumping. Let's go. Baby. Au. Der war nicht gut. Der war nicht gut. Ah. Okay, wir müssen ein bisschen weiter ausholen, okay? Ausholen. Und springen. Er landet einfach die ganze Zeit mit dem Kopf. So. Zack. Easy. Zwei Flips. Hopp. Oh, der war krass. Das war einfach ein Entchen, Leute. So. Springen. Okay, der ist trotzdem was geworden. Sehr gut. Runde zwei. Ah, Mist. Nein. Müssen wir jetzt, Dings? Wir müssen wieder von vorne anfangen. Egal. So. Wieso? Hör auf, hinzufallen. Oh, der war wieder sehr sauber. Sprung. Der war auch okay. Und Sprung. Salto. 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 Und stoppen. Warum ist denn Landing missen? Wieso? Ich hab's doch gut gemacht. Junge, was war das gerade für ein Noob, ey? Oh mein Gott. Oh mein Gott war das knapp. Okay, wir haben gleich sogar wieder genug Geld gesammelt, dass wir... Hopp. Oh, okay. Der war in Ordnung. Komm schon, den schaffen wir jetzt. Und zack. Zack. Missed Landing? Wieso? Warum? Ich lande doch richtig. Hier ist wieder okay. Und Sprung. Belly Flop. Ich hab grad voll gespuckt. Nochmal. Komm, zack. Einsprung. Köpfer rein. Let's go. Okay, Arschbomben, Rückenklatscher. Egal. Okay, zack. Einsprung. Rein da. Und glattes Ding. Belly Flop. Okay, nice. Sehr gut. Springen. Springen. Let's go. Okay, nice. Backflop. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass dieses Level richtig kacke ist, oder? Ich will ganz wieder dahin, wo ich am Anfang war. Okay, wir gehen hier wieder in den Anfang. Ich hab das Gefühl, dass es hier nicht so ist mit diesem wackeligen Baum. Okay, der war okay. Sprung. Vorwärts Salto. So. Backflop. Sprung. Oh. Ah. Das tat bestimmt richtig weh. Sprung. Salto. Und landen. Sehr gut. Springen. Salto. Salto. Landen. Cool. Zwei Flips. Sprung. Salto. Salto. Gut. Sprung. Los. Salto. Salto. Oh, war das knapp. Bro. Oh mein Gott. Das war so knapp, Junge. Alter. Yeah. Nennt mich einen Pro. Leute, das war auf jeden Fall Flipdiving. Brutales Game. Ihr habt es gesehen. Ich bin da eben so vorbeigerasselt. Kurz vor dem Tod. Alter, das war so crazy. Leute, falls euch das ganze Ding gefallen hat, lasst ein Like. Das war mega, mega nice. Und schaut auf jeden Fall morgen wieder um 14.30 Uhr vorbei. Dann kommen nämlich jeden Tag neue Videos hier auf meinem Channel. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Gebt ein Like. Schreibt ein paar coole Kommentare in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, Kuss geht raus an euch. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis morgen. Haut rein, Leute. Ciao.